Herr Präsident, meine Damen und Herren, also heute reden wir über den Kapitalismus, denn so heißt das Wirtschaftssystem, in dem wir hier leben, immer noch. Und im Kapitalismus sind konjunkturelle Auf- und Abschwünge völlig normal und haben im Übrigen wenig damit zu tun, wer gerade regiert. Der gegenwärtige konjunkturelle Aufschwung in Berlin hat definitiv nichts mit der Berliner CDU zu tun. Applaus Reden wir heute also mal über Wachstum in Berlin und über Konjunkturprognosen und den Wert derselben beschreibt der Düsseldorfer Kabarettist Volker Pispers sinngemäß. Da reden Kaffeesatzleser mit Glaskugelanbetern und bestätigen sich gegenseitig in dem Glauben an das, was sie da sehen. Na dann, Herr Dietmann, reden wir auf Wunsch der CDU über Wachstum. Ich schlage vor auf der Grundlage der amtlichen Statistiken. Die Berliner Bevölkerung wuchs von 1990 bis 2013 um gerade einmal 1.600 Personen, also gar nicht. Allerdings hat sich die Anzahl derjenigen, die von Sozialhilfe bzw. von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt leben müssen, um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 2009 erhöht. Das ist eindeutig Wachstum, leider an der falschen Stelle. Wachstum gab es auch bei der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden, die sich auf durchschnittlich 39,2 Wochenstunden erhöhte. Die Berliner arbeiten deutlich länger für weniger Geld als Arbeitnehmerinnen im Bundesdurchschnitt. Ich gebe zu, es gab auch Wachstum bei Einkommen. Das Nettoeinkommen pro Haushalt stieg in Berlin auf 2.421 Euro im Monat. Blöd nur, dass in allen anderen Bundesländern das Einkommen deutlich schneller wächst als in Berlin. Und so verfügen der Berliner und die Berlinerinnen heute nur über 86 Prozent des verfügbaren Einkommens im Bundesdurchschnitt, während es im Jahr 2000 immerhin noch 94 Prozent waren. Die Kluft wird also größer, Berlin ärmer. Ist das Wachstum? Na klar, rufen da die Kaffeeleser und die Kaiser in neuen Kleidern. Dann die Zahl der Erwerbstätigen steigt doch. Dazu auch das Amt für Statistik. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten. Der Anstieg der Erwerbstätigkeit wurde in Berlin fast ausschließlich durch einen Beschäftigungsanstieg in den Dienstleistungsbereichen erbracht. Demgegenübertrat im verarbeitenden Gewerbe im zweiten Jahr in Folge ein weiterer Abbau an Beschäftigung ein. Zitat Ende. Über den Rückgang der Industrieproduktion in Berlin haben wir Ihnen von der Koalition schon öfter die tatsächlichen Zahlen vorgehalten, noch mal zum Mitschreiben. Osram minus 300 Arbeitsplätze. Rexham minus 165 Arbeitsplätze. Siemens bis zu 1.400 Arbeitsplätze Verlust. Da ist eine politische Erklärung des Abgeordnetenhauses heute das eine. Wirksame Wirtschaftspolitik wäre aber besser. Die Attraktivität Berlins als Industriestandort sinkt. BMW und Mercedes sind wichtig. Aber Mercedes zeigt auch, dass zum Beispiel mit Investitionen von 500 Millionen Euro ganze 15 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Da die Entwicklung hin zur Industrie 4.0 längst stattfindet, während der Senat noch über ein Anwenderzentrum nachdenkt. Die Digitalisierung der Wirtschaft erfordert bei Politik und Wirtschaft ein Umdenken im Bereich der Arbeitspolitik. Qualifizierung in den Unternehmen, Fachkräfteentwicklung aus den Unternehmen heraus wird immer wichtiger. Die Ausbildungsbereitschaft Berliner Unternehmen sinkt leider. Viel lieber wird dann auf die fertige Humanressource in Anführungsstrichen von außen zurückgegriffen. Meine Damen und Herren, Deutschland und Berlin im Besonderen profitiert durch die Abwanderung von Fachkräften aus den Euro-Krisenregionen. Berlin ist ein Krisengewinnler, meine Damen und Herren. Das sich Dranhängen der Koalition an bereits laufende dynamische Entwicklungen, wie wir sie derzeit im IKT-Bereich erleben, ist im Grunde das Übertünchen eigener Einfallslosigkeit der Koalition. Die Dauerschleife der Wortbeiträge lautet dann Start-ups, Gründer, Akselatoren, Inkubatoren, Labs, Venture Capital, Business Angels, Smart City, Urban Tech und so weiter. Aber wann haben wir zum letzten Mal ernsthaft etwas über Gewerbeliegenschaften bzw. einer Idee davon gehört, wie diese für die Wirtschaft verfügbar gemacht und gesichert werden können? Wo bleiben die Initiativen für den Technologietransfer, die tatsächlich in die Breite der Berliner Wirtschaftslandschaft wirken? Warum verschweigt die Koalition, dass die Industrie in Berlin sich eben nicht zum Wachstumstreiger entwickelt, kein nennenswerter Arbeitsplatzaufbau dort erfolgt und der Anteil der Industrie an der Berliner Wertschöpfung real sogar sinkt? Wo setzt Berlin selbst Impulse als Wirtschaftsakteur? Keine IT-Strategie, kein E-Government-Gesetz, nichts, worauf sich ein strategischer Ansatz für eine Smart City sinnvoll aufsetzen ließe. Die Berliner Investitionsquote ist trotz steigender Haushaltsspielräume unterirdisch. Die Berliner großen Landesunternehmen, Wasserbetriebe, BVG, die Wohnungsgesellschaften werden von der Koalition in den Schwitzkasten der Neuverschuldung genommen. Was macht eigentlich der Eigentümer Berlin in seinen eigenen Unternehmen in Sachen vierte industrielle Revolution? Wollen Sie die Smart City von außen mit Drohnen einfliegen lassen oder die intelligente Ertüchtigung der Infrastrukturen Privaten überlassen? Das flächendeckende, viel diskutierte, übrigens von der CDU im Wahlkampf versprochene WLAN für Berlin wird bestenfalls ein Inselatoll, aber kein Wirtschaftsfaktor. Die Gesamtattraktivität Berlins wurde gespeist mit günstigen Mieten, hoher Wissenschaftsdichte, vielen Freiräumen und dem Image der kreativen Metropole im Aufbruch. Diese sogenannten Standortfaktoren werden gerade leichtfertig verspielt. Offiziell sind wir bei unter 200.000 Arbeitslosen angekommen, nimmt man aber korrekterweise die Unterbeschäftigten dazu, dann sind wir bei 266.000 Betroffenen. Demgegenüber gab es im Mai nur 20.000 offene Stellen, ein Viertel aller Kinder in Berlin ist armutsgefährdet, sachgrundlose Befristungen breiten sich ebenso aus wie der Niedriglohnsektor. Viele kleine Selbstständige sind arm und träumen nur vom Mindestlohn. Das alles macht mindestens jenen, die sich diesen Tatsachen nicht verschließen, deutlich, dass wir weit entfernt davon sind, eine Wirtschaftsentwicklung in Berlin zu haben, die allen ein existenzsicherndes Dasein ermöglicht. Und darum geht es doch schließlich. Und dann reden wir mal über die Wachstumsgewinnler. Mit den rosigen Aussichten für Immobilienspekulationen und Bauträgern, für Luxuswohnungen haben wir sicherlich tatsächliche Wachstumsgewinnler identifiziert. Zu den Wachstumsgewinnern gehören auch Finanzjongleure, Immobilienhaie, Start-up-Glücksritter wie die Gebrüder-Samware. Jetzt schauen wir doch noch mal in das CDU-Wahlprogramm. Das kann ich Ihnen nicht verheimlichen. Da haben Sie ja vieles versprochen, 100 Lösungen für Berlin. Ganz besonders gefällt mir folgender Satz, ich zitiere auch hier. Gerade im baulichen Bereich hat der Senat zunehmend die Kontrolle über Planungsprozesse und plangerechte Durchführung der Maßnahmen verloren. Das steht in Ihrem Wahlprogramm von 2011. Ich weiß gar nicht, dass Sie so viel Voraussicht besaßen, über Ihren gegenwärtigen Senat sowas zu sagen. Denn wenn wir mal an die Infrastrukturmaßnahmen schauen, BER, Staatsoper, ICC, 75 Prozent aller Baumaßnahmen im Berliner Landeshaushalt ohne gültige BPU eingestellt. Das sind doch tatsächlich die Erfolge der CDU-Regierungsbeteiligung. Fazit. Zum Feiern gibt es keinen Grund. Die gegenwärtig günstige Wirtschaftsentwicklung Berlins ist maßgeblich importiert worden. Faktoren dafür sind der exportfreundliche Eurokurs, niedrige Mineralölpreise, niedrige bis gar keine Zinsen, steigende Bodenimmobilien- und Baupreise, der Zuzug von Unternehmen mit entsprechenden Beschäftigten, über die die Vekzinen spricht ja keiner, außer Herr Olaovo, der Zuzug junger und gut ausgebildeter Menschen aus den Eurokrisenländern durch Touristen. Der Eigenbeitrag Berlins an der positiven Wirtschaftsentwicklung ist minimal. Die extrem geringe Investitionsquote, also das Fehlen öffentlicher Investitionen, und zwar in die richtigen Projekte und Infrastrukturen, ist ein sich verschärfendes Problem, an dem die Koalition nichts geändert hat. Das Verfestigen einer hohen Langzeitarbeitslosigkeit und Anhalten großer Kinderarmut hat sich trotz positiver Wirtschaftszahlen fortgesetzt. Der Wirtschaft geht es gut, aber nicht alle haben was davon. Das darf nicht so bleiben und Berlin darf nicht ärmer werden, trotz Mehrarbeit. Berlin muss planvoll und sinnvoll investieren. Die Berliner Verwaltung muss erster Anwender für IT-basierte, bürgernahe, transparente Verwaltung sein. Berliner Gewerbetreibende wird weniger als neuen Beschäftigten gehören in den Fokus der Wirtschaftssenatoren. Es gibt viel zu tun, nur wenig zu feiern. Vielen Dank.